Alle Einheiten, alle Einheiten, 1199, Einsatz Code 3, Beacon Nervenklinik. 184 verstanden, Code 3 sind in drei Minuten da. Verstanden, 184. Tut mir leid, Detectives. Ich weiß, Sie kommen gerade von einem Fall, aber ich fürchte, wir müssen einen Schlenker machen. Klingt ernst. Ausschreitung? Das wurde durchgegeben, kurz bevor ich sie eingesammelt habe. Es gab mehrere Tote. Ein halbes Dutzend Einheiten sind schon da. 1, 2, 1, bitte melden Sie. Vielleicht der Geist von diesem Schizodoktor, der seine Patienten zerhackt hat. Ganz so war es nicht. Einige Patienten sind verschwunden. Eine Art Skandal? Trotzdem, irgendwie unheimlich, oder? 1, 2, 7, 1, 2, 4, bitte antworten. Joseph, denkst du, da gibt es eine Verbindung? Es wäre möglich, aber ich konnte die Akten nicht einsehen. Einheiten vor Ort, bitte melden. Zentrale, hier ist Detective Castellanos in 184. Was ist da los? Over. 184. Die Abenteuerung gibt es eine Verbindung. Wir werden verstanden. Gibt es irgend... Ich bin sicher, das klärt sich, wenn wir da sind. Was meint ihr dazu? Connelly, gib der Zentrale Bescheid, was hier los ist. Joseph, Kidman, folgt mir. Wir sehen uns hier mal um. Okay. Jochen, das war Sie nicht in der Schweiz. Jetzt versuchen sie zu holen. Riecht wie Blut. Okay, wir sollten wachsam bleiben. Wir sehen uns das an. Lass niemanden durch diese Tür. Ich kann euch unterstützen. Wir wissen nicht, was hier los ist. Du sicherst hier. Hast du das gehört? Hier lebt noch jemand. Sind Sie verletzt? Was ist passiert? Unmöglich. Kann nicht sein. Ruvikis. Ich bleib bei ihm. Sieh mal nach den Überwachungskameras. Was zur Hölle? Was? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's. 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 Das war's.